ähm seht ihr diesen kommentar seht ihr diesen kommentar der gute stohes der hat's gecallt gucken wir mal auf die produktseite ups 30 9 kommen die tins keine ahnung ob das noch weiter nach hinten verzögert wird mich kotzt echt an sind aber im endeffekt auch nur zwei wochen also gibt schlimmeres aber ja nur ein kurzes update brauche ich auch gar nicht erst lange die länge zu ziehen 30 9 neues datum